Hey Leute, hier ist Dieter Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie man beim Huawei P8 Lite des Jahres 2017 die MicroSD-Karte und die SIM-Karte korrekt einlegt und welche Kartentypen überhaupt vonnöten sind, damit man das wirklich ohne Probleme mit dem P8 Lite 2017 verwenden kann. Zum einen und als erstes natürlich, man benötigt ein Huawei P8 Lite 2017. Das habe ich hier in der Farbe schwarz auf dem Tisch liegen. Als zweites natürlich noch das sogenannte SIM-Karten- bzw. E-Check-Tool, das dem Lieferumfang dieses Smartphones beiliegt. Ihr seht diese kleine Spitze, mit der habe ich die Möglichkeit nachher den SIM-Karten- und MicroSD-Kartenschlitten aus dem Huawei P8 Lite zu entnehmen. Als zweites habe ich hier eine MicroSD-Karte und zwar von der Firma SanDisk. Ich habe euch das auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Die hat eine Kapazität von 128 GB und das ist auch die maximale Speicherkartengröße, die Huawei für die Empfehlung beim Huawei P8 Lite 2017 angibt. Ob größere Karten wie zum Beispiel mit 256 GB ohne Probleme in dem P8 Lite arbeiten, kann ich euch leider nicht sagen. Die Erfahrung hat es allerdings gezeigt, dass das funktioniert. Aber mit dieser Speicherkarte seid ihr zumindest auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt benötigt ihr natürlich auch noch eine SIM-Karte. Die SIM-Karte bekommt ihr natürlich von eurem Provider, von eurem Netzanbieter, zum Beispiel der Deutschen Telekom, O2, Kongstar oder natürlich auch Vodafone. Und in diesem Fall benötigt ihr eine SIM-Karte in der Nano-SIM-Kartengröße. Es gab mal eine Mini-SIM, die gab es so vor ungefähr 10 Jahren. Dann gab es eine Micro-SIM vor bis zu, sagen wir mal, 2-3 Jahren. Und die kleinstmögliche Ausgabe ist die Nano-SIM-Karte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dieses Gerät kauft und auch einen Vertrag oder eine Pre-Ped-Karte verwenden möchtet, dann sagt doch bitte eurem Provider, dass ihr eine Nano-SIM-Karte für das P8 Lite 2017 benötigt. Entgegen anderen Smartphones verwendet Huawei bei diesem Gerät aber lediglich einen SIM-Kartenschlitten beziehungsweise einen Slot, um beide Karten gleichzeitig dort einlegen zu können. Auf der linken Gehäuse-Seite seht ihr im oberen Bereich so ein kleines Loch. Damit geht ihr oder da geht ihr hier mit diesem SIM-Karten-Tool hinein. Und nach dem Herausziehen dieses Metall-Schlitten habt ihr zwei Öffnungen vor euch. Auf der rechten Seite eine etwas kleinere, auf der linken Seite eine etwas größere. Und wenn man sich die Karten anschaut, kann man schon vermuten, wo welche Karte hingehört. Richtig auf die linke Seite gehört nämlich die Micro-SD-Karte, also die Speicherkartenerweiterung. Und zwar mit der Schrift nach oben und genau so, dass ihr die auch lesen könnt. Also die Schrift darf in diesem Falle nicht auf dem Kopf stehen, die muss absolut lesbar sein. Und auf der rechten Seite wird dann auch die Nano-SIM-Karte eingelegt, ebenfalls mit der Schrift zu euch. Allerdings steht die senkrecht in diesem SIM-Karten-Slot und die abgeschrägte Ecke ist unten rechts. Das heißt, wenn ihr das genau so in dieser Kombination einlegt, dann ist das korrekt. Jetzt führt ihr diesen Schlitten vorsichtig wieder in das Gerät rein. Da kann es ab und an mal vorkommen, dass es etwas verhakt. Ihr seht, die SD-Karte wird vorbereitet. Jetzt muss ich noch die PIN meiner SIM-Karte eingeben. Und dann ist das Ganze auch schon entsperrt. Und zu guter Letzt gehe ich nochmals in die Einstellungen, um nachzuschauen, ob die Speicherkarte, also die SD-Karte, auch wirklich korrekt hier auf dem Telefon erkannt wurde. Jetzt muss ich das mal hier oben eingeben. Und zwar Speicher. Damit ich das etwas schneller finde. Und ihr seht, dort habe ich es gefunden. Zum einen haben wir hier den internen Speicher mit 16 GB momentan und auch den mobilen Speicher der SD-Karte. Und zwar 112 GB sind frei von 119 GB verfügbar. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, auf diese SD-Karte alle möglichen Dateien, Bilder, Videos oder sonst was zu packen. Ich habe auch wirklich die Möglichkeit, von der Kamera direkt auf die SD-Karte zu schreiben. Das heißt, dass die Bilder direkt auf der microSD-Karte abgelegt werden. Und damit bin ich auch schon am Ende meines kleinen Tutorials, meiner kleinen Anleitung, wie man die microSD-Karte und auch die SIM-Karte beim Huawei P8 Lite des Jahres 2017 korrekt einlegt. Ich weiß auch in diesem Fall wieder, dass viele von euch das selbstverständlich sehen und das wissen. Für diejenigen, die das allerdings nicht wussten, habe ich natürlich dieses Video gemacht, damit ihr euch natürlich ohne Probleme zurechtfinden könntet. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich wieder, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao!